Ich bin der Günther, ich komm zu der Bude. Die Audio dürfte dieses Mal wieder passen. Zumindest wird sie mir richtig angezeigt. Und das Wetter passt zur Atmosphäre. Draußen ist der Himmel komplett von grauen Wolken bedeckt. Es regnet in Strömen. Gerade eben habe ich die dritte K. Rool-Montage von mir prämiert. Falls ihr es nicht gesehen habt, gerne reingucken. Ist mir meiner Meinung nach doch gut gelungen. Und es ist Zeit für das große Finale der Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition 2. Aber dumm. Mich hat es echt überrascht, dass ich gesehen habe, dass das tatsächlich nicht so lang ist, dieses Kapitel. Ich hatte mehr im Kopf. Vor allem hatte ich mir eingebildet, vor allem hatte ich mir überlegt, das vielleicht in 2 zu teilen beim Schreiben. Naja, das vorletzte Mal Valros Edition 2 in Dumm. Danach kommt nur noch... Äh, nur noch. Hä, was labere ich? Danach kommt als nächstes die Valros Edition 4. Ob noch eine 3 in Dumm kommt? Wenn dann, lasse ich mir auf jeden Fall einiges an Zeit damit. Aber das ist erst einmal ja weniger wichtig. Denn es geht jetzt um diese Folge und dann ums normale Hörspiel. Was, denke ich doch, auch für euch schon nochmal cooler ist als die in Dumm. Kapitel 19. Finale. Also das habe ich da jetzt zugelichtet. Das dunkle Duell. Als wir die Halle betraten, schien die Sonne draußen. Nein. Vor uns war ein großer Raum zu sehen. Endlich der lange Teppich auf dem Tisch. Dark Power besitzt immer noch Lord Ekkis Körper. Oh du, du hast tatsächlich einen Retter gesehen. Du hast diese Nexosma-Rebellion zerstört. Derzeit bist du immer noch hier und willst mich verletzen. Ich, dein Gott. Zum Glück sah er mich an. Aber ich hätte es erraten können. Ich hätte dich nicht im Stich lassen sollen. Bevor du das Geheimnis alt enttüllen konntest, war es nur eine Sache. Und? Wie willst du es? Lass es ruhig sein. Wir alle beherrschen, wofür wir hier sind. Lass uns nicht zu lange im Garten reden. Okay, okay. Wenn es dir so gefällt. Cooler Dialog. Der Blitz war grausam vor uns. Lasst uns anfangen. Mal sehen, was die einzige wirkliche Kraft ist. Ich mische die beiden Elemente zusammen. Ich bin hier, um diese Welt zu zerstören. Du machst Pokémon-Witze damit. Okay, wenn du meinst, es wird Zeit hier wieder zu googeln. Nicht, weil ich ein Wort nicht verstehe. Die besten Pokémon-Witze. Ich muss gerade einen guten finden. Die sind alle scheiße. Was zum Fick. Was ist das? Nein! Digga, diese Witze sind so schlecht, da kann ich doch auch einen besseren Improvisieren gefühlt. Äh, 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 doch nicht. Hier, äh, Hightera ist so fett, dass es für Google Earth als Bilderquelle arbeitet. Ähm, das muss reichen, das war der Beste. Die Zeit ist gekommen. Der Beginn meines großen Abenteuers, das durch die Ankunft von Günther in Silberdorf gezeichnet ist, war tatsächlich vor einem Jahr. Der perfekte Zeitpunkt, um es zu beenden. Zu beenden? Dein Abenteuerjahr, Floink. Aber, auch irgendwie nicht so ganz. Und das Abenteuer allgemein definitiv nicht. Wo immer der Krieg hinging, dachte ich zum Beispiel, dass es passieren würde. Die meisten meiner Freunde konnten nicht groß damit umgehen, aber die Dark Tree Power war auch nicht richtig in ihnen. Anfangs war es hauptsächlich Günther Ziel. Er hatte eine saubere Tafel und ich spürte auch seine Stärke. Aber damals war es anders. Jetzt war ich mehr vereint als alle meine Freunde. Insbesondere habe ich versucht, die Vorteile, mit denen ich klug gespielt hatte, in die größte Offensivsektion des Gebesandter aufzunehmen. Übrigens, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich dieses Mal keine Credits mache wie letztes Mal. Ich habe im Moment genug zu tun und... Na... Ja. Während des größten Teils der Schlacht war ich mit Lernen beschäftigt und war frustriert über die Angriffe der Großmacht. Mithilfe meiner Fähigkeiten wie Avenger Dark fand ich viel Abwechslung in diesem Thema. Vor mir kann sich die dunkle Macht nicht einmal selbst teleportieren. Lol, wie bad. Wenn es so aussieht. Hinter Lord Eckes großer Ehre... Warte. Ist das mit Ehre bei Lord Eckes ernst gemeint? Nee. Kann nicht sein. Aus meiner schwierigen Sicht bemerkte ich sicherlich, dass sie nicht teleportierte. Im Gegenteil, sie handelte rücksichtslos. Und so kommt es vor, dass das normale Auge im Leben sie nie gesehen hat. Thea fuhr einige Tage fort, bevor die Hewreng... H-E-W-R-E-N-G Hewreng Forces meine Aufmerksamkeit bereits erregt hatten. Dieser Kampf machte es mir sehr schwer, aber ich arbeitete daran, den häufigsten zu entkommen und halte meine Freunde von dem Angriff. In einem solchen Kampf wird der gesamte Schaden automatisch berechnet, wenn auch nur für ein paar Zentimeter mehr als die Angriffe. Die... Sorry, die dunkle Macht hielt jedoch nicht lange an, da sie auch feststellte, dass diese Technologie weniger hilfreich war. Da alles für ihn abgesagt wurde, schien er misstrauisch. Plötzlich geschah etwas Unerwartetes. Dunkle Kraft und reines Detail entfernten sich aus Lotteckes Körper. Er selbst schlug zwischen den beiden Beinen auf den Boden und traf schwach auf den Boden. Du hattest Spaß. Pokemons schwacher Körper tut mir so leicht weh. Es tut auf unabhängige Weise weh, wenn es eine der Entscheidungen der Zentralwelt ist. Ich werde das beenden. So, und hier jetzt ganz kurz mal eingeschoben, wieder eine kleine Frage der Folge. Dieses Mal ein bisschen anders. Dass es nicht einfach ist, was denkt ihr denn so passiert in der Walross-Edition, sondern ihr entscheidet wirklich mal was mit. Nach der Walross-Edition 4 soll wieder eine Spezial-Episode kommen, wie nach jeder bisher. Die Frage ist, aus Sicht welches Characters würdet ihr gerne mal eine Spezial-Episode sehen? An sich natürlich wäre es schön, wenn ihr nicht gerade einen Charakter nehmt, der so komplett im Hintergrund ist. Ich würde jetzt keine über Chrysalia oder so machen. Aber irgendein Charakter, von dem ihr da was sehen wollt? Warum nicht? Äh, ich war gerade ein bisschen verwundert. Sorry, ich bin gerade wegen der K-Roll-Montage. Hat gerade wer gemeint, äh, freut sich, dass ein Clip von ihm drin ist. Und ich muss gerade überlegen, wer das war. Und das war... Genau, der Samus-Spieler, der eine. So, musste ich kurz noch eine gute Antwort zugeben. Also, wie gesagt, über welchen Charakter würdet ihr gerne mal eine Spezial-Episode sehen? Ich werde mir da so Wünsche, wenn sie irgendwie umsetzbar sind und wenn ich Ideen habe, auf jeden Fall angucken. Na dann, weiter geht's. In diesen Tagen fließt ein erstaunliches Bewusstsein vor uns. Es war kein Schuss wie die dunkle Macht. Es war genauer mit Wolken. Mit einem breiten Charisma war eine helle Blitzwolke. Eine Kraft, mit der man rechnen muss, dass der Pokémon-Körper stark sein muss. Um ein autarker Teufel zu werden. Unser Kampf ging mit diesen modernen Bedingungen weiter. Aber nach der Übertragung der dunklen Kräfte änderte sich der Prozess des Krieges dramatisch, so wie ich es erwartet hatte. Onyedan griff fast jeden von uns fast jede Sekunde an. Mein Oberkörper konnte mich nicht vor der Wahrheit retten. Wundert mich nicht tatsächlich. Ähm, Floings muskulöser Oberkörper. Ich versuchte, die dunklen Kräfte auf dem Weg zu verzögern, aber als ich Geratin und Ivelta stoppte und gegen drei Wachen ging. Diesmal brauchte ich in Wirklichkeit keine zusätzliche Zeit, um die Technologie zu nutzen. Der Bomber schlug kurz nach Mittag vor einer Polizeistation ein. Das lass ich jetzt so sagen, würde ich sagen. Also nochmal kurz zur Sache mit Spezialepisode. An sich wär's dann wahrscheinlich eine, die einfach ein bisschen mehr so über die, äh, Gedankengänge, über die Gefühle des Charakters was aussagt. Ihr würdet einfach ein bisschen mehr über den Charakter lernen, der da letztendlich geht. Und es muss kein Protagonist sein. Ihr könnt auch einen Antagonisten, äh, vorschlagen. Solange es eben ein relevanter Charakter ist. Also. Diese Wesen können nicht... Warte. Habe ich den Satz gerade richtig... Wir waren gerade noch im Satz mit Der Bomber schlug kurz nach Mittag vor einer Polizeistation ein. Ich lese euch jetzt mal den kompletten Satz vor. Das ist der schlimmste, also der dümmste, den wir hatten, dieses Projekt tatsächlich. Der Bomber schlug kurz nach Mittag vor einer Polizeistation ein. Aber der Bomber schlug kurz vor Mittag... Nee. Doch, kurz nach Mittag vor einer Polizeistation ein. Das steht da. Diese Wesen können nicht länger leiden. Alles war immer gegen uns, aber die Hoffnung kam von meinem Gehirn. Ich verbrauchte langsam meine dunklen Kräfte. Obwohl es ein völliger Misserfolg war, der einen großen Rückschlag für diese Technologie darstellte, hatte ich ein wenig Zeit, um anderen meinen Plan zu erklären. Freunde, wir können diesen Krieg so nicht gewinnen. Es gibt immer noch Hoffnung, dass wir ihn gewinnen werden. Sagt ihn die... Bilanz? Ein wenig? Deal? Entschädigung? Wie sollen wir das machen? Hat noch nie in der Geschichte gearbeitet. Weil jeder einen Fehler gemacht hat. Du brauchst die Kraft von Licht und Dunkelheit in der Mischung, sonst wirst du nicht fallen. Wir haben beide. Wie funktioniert dieser Rhythmus? Alle Teile der Welt müssen auf diese Weise vereint werden. Schafft eine Kraft, die wie Licht die Dunkelheit verliert. In unserem Fall die Reinheit und die reine Kraft der Dunkelheit. Nimmst du sie? Jedes Pokémon hat diese Elemente, aber unter ihnen gibt es so viele. Pokémon, die hier leben und jetzt der Ort von Pokémon sind. Wie du, Latios und Latias. Verbunden wie sie, Hydropeat. Dann erkennen sie Pokémon. Pokémon des Träume sind diese. Sie leben immer mit ihren Köpfen in den Wolken. Sie sind sehr hart, aber sie sind auch da. Das hat alles gar keinen Sinn gemacht. Gehen sie hier unter uns, damit sie floink sind. In Folge dessen hat Latios einen großen Fehler in meinem Plan gemacht. Digga, in Folge dessen ist eines der schlimmsten Alman Wörter, die es gibt. Ihr könnt da mir nix sagen. Nein, ich und Günther, die für Kerzenlicht und Dunkelheit sind. Oh, Kerzenlicht, ganz wichtiges Element. Und Teppichboden ist eine Farbe, oder was? Na, Google Überset... Das bedeutet, wir können Pokémon nicht aus dem Traum haben. Dinge verschwanden vor ihren Augen. Wir werden nicht in der Lage sein, die ultimativen Flüche zu erfüllen. Wir brauchen noch ein Pokémon. Aber es gibt Skins auf dieser Welt. In Fortnite... Das war nicht gut für den Hals. Sie haben mich so oft gerettet, und nur einer von ihnen sollte diese ganze Welt retten. Wir sind trotz des fehlenden Teils mit den Komponenten verbunden. Meine langsame Bewegung war nur sehr begrenzt und gab uns keine alternative Gelegenheit. Aber als alles in Ordnung war, fand ich ein bisschen um mich herum. Es gab ein Pokémon. Es sah sehr dünn und gleichzeitig sehr klar aus. Es gab uns Kraft. Er hat uns ein Traum-Kit gegeben. Es war das Pokémon-Pokémon, das mit zu Beginn der Latio-Einführung in den Sinn kam. Bulbasaur. Andere erregten ebenfalls seine Aufmerksamkeit. Als die Komponenten verbunden waren, sah er uns kurz an und lächelte mich an. Dann verschwand er wieder. Bulbasaur? Aber es war Zeit. Alle Stücke waren einzeln. Die dunkle Kraft war wieder konventionell. Äh, äh, was? Worum geht's? Was machst du? Was? Kannst du das? Aber es war zu spät für sie. Eine Menge brach aus. Es verschwand und verschwand in etwas. Das war das Ende davon. Die Macht der Dunkelheit ist gefallen. Ein für allemal. Für kurze Zeit blieben wir alle ohne Probleme dort, um wieder zu warten. Doch nach kurzer Zeit ging Günther auf den noch unbekannten Friedhof des Schicksals. Andere folgten ihm. Nur ich war noch am selben Ort und ich hatte nur einen Gedanken im Kopf. Es ist passiert. Mein Schmerz muss ein Ende haben. Alle anderen waren in der Ecke und ich sah sie von meinem Stuhl aus an. In diesem Zusammenhang musste ich sehr vorsichtig sein. Ich könnte ihrer Welt helfen. Ich bemerkte auf dem dunklen Teppich im Raum, dass meine Farbe sich wieder von der des Dark Avengers zum normalen Floyd geändert hatte. Nach einer Weile sah ich wieder so aus, als wäre ich auf den richtigen Berg gegangen. Es kann passieren, wenn die Wunden einer solchen Welt passieren können. Auf diese Weise habe ich viele Dinge verloren. Zu Hause, Identität, mein bester Freund. Aber an einigen Stellen werden auch meine Wunden heilen, denke ich. Aber zum Beispiel 30 Minuten, nachdem ich nicht mehr konventionell war, fühlte ich plötzlich einen Schmerz. Die Welt war rot vor meinen Augen. Ich hatte das Gefühl, mich zu verbreiten. Da wurde mir klar, was passiert ist. Die dunkle Kraft wurde zerstört. Ein für allemal. Das Licht und die Dunkelheit waren verschwunden. Günthers sauberer Schleifer mag verloren gegangen sein, aber er wird weiterhin leiden. Meiner Meinung nach die Dark Force Fena. Aber diese Kraft war alles, was ich gemacht hatte. Ich war eine dunkle Kraft. Ihre Unzufriedenheit war auch mein Verlust. Als ich alles möglich machte, sah mich jemand zum ersten Mal an, als ich Lord Ecke zum ersten Mal betrat. Ähm, das ist kein Fußabtreter, das ist tatsächlich ein lebendes Poké... Egal. Latias, wieder mit I-Y, drehte sich zu mir um. Aufgrund ihrer Reaktion nahm ich an, dass mein Zustand schlecht war. Floink, was kommt mit dir? Was passiert? Andere sahen nicht, was los war. Alle kamen zum nächsten Abschied zu mir. Ich bekomme die richtige Strafe für das, was ich getan habe. Warum? Du hast die Welt gerettet. Mir wurde wahr, als die Wahrheit zu ihnen kam. Es spielt keine Rolle. Ich... ich hab dir noch nicht die ganze Welt gesagt, über das, was ich auf dem Berg gesehen habe. Als ich ein Stück für das G-Go... Als ich ein Stück für das G-Gott-Nter-Seele gefunden habe, als wir sowieso alle zusammen waren, war es meine Ansicht. Es war nur ein Traum. Es war keine Nacht, sondern ein Ergebnis, Ereignis aus meiner Vergangenheit. In einer dunklen Welt hatten ihre parallelen Hintergründe auch das Ritual mit der Macht der Dunkelheit zu zerstören. Sie waren jedoch nicht im Dunkeln. Doch. Sie und der Befehl war also nicht erfolgreich. Anstatt die dunklen Kräfte zu zerstören, zerstückelten sie sie. Weil die neu geschaffene Kraft mithilfe eines Problems im zeitkonstanten Bereich in eine alternative Welt kam, um von dort aufzuwachen. Es war eines Tages, als ich Bulbasaur traf. Kurz nachdem ich in einem Wald von Seelen aufgewacht war. Erinnere ich mich. Komm schon, du willst sowas sagen wie... Ja, Hydro-Pi, ich bin nix anderes als die Macht der Dunkelheit. Die zweite Hälfte beschreibt es im Detail. Dark Avenger. Der auch den anderen zum Scheitern zwingt. Ich beschuldige alle Opfer. Ich bin jeder Vernichtung schuldig. Ich bin auch Bulbasaur schuldig. Alle waren still. Ich war in der Zeit verloren. Nach einer Weile begann Günther jedoch zu kommunizieren. Öff, Floink. Es ist nicht deine Schuld, was passiert ist. Du bist nicht sicher, ob es noch etwas gibt. Nein, das stimmt nicht. Das ist richtig, Floink. Wir haben es nicht getan. Ihr Gehalt wurde von ihnen abgezogen. Aha. Das heißt, Floink hat einfach... Der wurde einfach um sein Gehalt betrogen. Alles klar. Da würde ich auch um die Macht der Dunkelheit werden. Sie haben diese Erfahrung total genossen. Du hast alles geopfert. Warum stehst du gerade auf? Floink, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Event. Ach so, das ist natürlich das Bestmögliche. Leider können wir nichts anderes für sie tun. Aber zur gleichen Zeit, wenn ich sie auch kurz darüber informieren würde. Ich bin froh, dass ich Pokémon wie sie gesehen habe. Ich werde mich nie wieder mit jemandem treffen. Ich und sie alle haben mich nur angesehen. Gleichzeitig konnte ich die Tränen nicht aufhalten. Du hast recht, Floink. Wir wollten das. Ähm, alles klar. Das ist nicht so nett. Infolgedessen ist es keine Lüge. Du bist zögerlicher als das. Du bist ein bisschen besser. Du bist raffinierter als wir alle Pokémon. Ich hatte es schwer und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wusste, dass ich in ein paar Sekunden gehen würde. Ich... Ich möchte leicht hilflos sein. In einer Welt wie dieser. Hier in dir. Ich wollte von Anfang an... Aber nix als ein normales Leben. Es war einmal ein Verlust für sie. Natürlich war alles schwarz. Aber ich hörte eine andere Stimme. Wir werden nie vergessen, was du für Pokémon Floink getan hast. Du bist... Etwas? Du bist ein Heldenheld. Hier endet meine Geschichte. Es wäre vielleicht besser für alle, wenn sie das wirklich tun würde. Aber wir wissen... Du kehrst zurück. Dunkelheit ist verboten. Die Welt ist wieder normal. Iiii... Ich wäre irgendwann leicht überrascht, dass das potenzielle Pokémon in den Anno-Eion vergessen wird. Wenig weißt du. Nur die wahre Kraft des Universums. Hände. Und mit diesen unfassbar bewegenden Worten. Einer Floink, der um sein Gehalt betrogen wird. Und einem Bomber in der Nähe der Polizeistation endet die Hauptstory der Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition Returns. Aber dumm. Ich persönlich muss sagen, dass die Pokémon Mystery Dungeon Virus Edition 2 für mich persönlich... Ja tatsächlich, ich mag sie selber am wenigsten. Was einfach daran liegt, dass sie eine relativ düstere Atmosphäre hat. Ich weiß auch, dass vor allem in solchen Dingen man sich selber immer deutlich kritischer einschätzt, als andere es tun. Und deswegen weiß ich auch, dass ihr unter anderem durch all eure tollen Kommentare... ...dass ihr diese Hörspiele anders einschätzt, als ich es oft tue. Ja, das heißt nicht, dass ich unzufrieden mit ihnen bin. Bei der ersten gefällt mir mein Vorlesestil halt nicht wirklich. Mit der drei bin ich doch wirklich ziemlich zufrieden. Genau, außer kleine Teile. Aber... Ihr zeigt mir mit euren Kommentaren wirklich, dass ihr wirklich das, was ich hier kreiere... ...ir findet es wirklich toll und ich danke euch wirklich dafür, dass ihr mich hier unterstützt... ...und es motiviert mich eben auch weiterzumachen. In dieser Situation kann man ein bisschen sagen, es ist wie ein Geben und Nehmen. Ich gebe euch dieses Hörspiel und ihr zeigt mir eben... ...ir lasst mich spüren, dass ich euch damit eine Freude bereite. Und das ist das, was ich will. Es wird noch den Epilog geben, beziehungsweise wie es hier heißt... ...Lordeckes Epilepsie. Und ja, wir sehen uns hoffentlich irgendwann bald wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ein Abo auf dem Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis bald und ciao. Ist noch jemand da? Schön. Also, an alle, die jetzt noch da sind. Ich möchte nämlich für die treuen Zuschauer eine kleine Sache hier geben... ...die vielleicht auch etwas Spekulationen ausrufen könnte. Und zwar möchte ich euch ein paar der letzten Sätze... ...die letzten Sätze der Valros Edition 4 vorlesen. Und zwar, weil unter anderem... ...sie beinhalten eine Message, berichten vielleicht schon irgendetwas, was geschehen könnte. Vielleicht auch nicht, das ist das Interessante. Sie können euch einfach viel Spekulationsraum lassen. Der letzte Absatz der Pokémon Mystery Dungeon Valros Edition 4. Ich lese ihn mir mal kurz durch, dass wirklich keine Spoiler drin sind. Ja. Ihr wisst nicht, in welchem Kontext dieser Text geschrieben ist. Von wem. An wen. Ihr wisst nichts darüber. Und das macht es noch interessanter. Für euch treue Zuschauer. Diese Sätze. Manchmal sind es Abschiede, die Wesen formen. Manchmal sind es Anfänge. Das Wichtigste im Leben ist, immer voranzuschreiten und nie zu vergessen. Was auch immer du tust, wo auch immer du bist. Solange in deiner Seele das Feuer brennt, wirst du leuchten wie ein Stern am Nachthimmel. Dieses Feuer. Dieses Licht. Das bist du. Und du hast die Macht, etwas zu verändern. Jeder kann Großes bewirken. Niemand ist je wirklich alleine. Du bist ein Feuer. Du formst dein Schicksal.